Anacola und Luca Heubel haben ein zweites Mal Ja gesagt. Schon vor einer Woche läuteten bei der Influencerin und dem Model die Hochzeitsglocken. An diesem Wochenende stand dann noch die große Trauung vor insgesamt 54 Gästen auf dem Plan. Auf Instagram teilt das Paar nun einige Impressionen seiner traumhaften Hochzeitsfeierlichkeiten in Portugal mit ihren Followern. Unter Fotos, die das Brautpaar inmitten seiner feiernden Gäste zeigen, schreibt Anna, und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Punkt wie die Reaktionen unter den Schnappschüssen zeigen, war die Zeremonie offenbar mindestens genauso zauberhaft, wie die Bilder erahnen lassen. Influencerin Lisa Marie Schiffner, die selbst vor Ort war, kommentiert, so viele Tränen verdrückt. Und auch Autorin Anna Johnson mischte sich unter die Gäste und berichtet nun, diese Liebe von euch, euren Familien und euren Freunden war einfach über all die letzten Tage. Zumindest steht der Plan, ab dem 14 in die Flitterwochen zu fliegen, plauderte Anna kürzlich im Interview mit Bromiflash aus. Doch konkrete Pläne gebe es bisher noch nicht, wenn man Luca und mich kennt, weiß man, dass wir zu den spontanen Mäusen zählen. Wir haben noch keine Flitterwochen gebucht. Wir haben noch keine Flitterwochen gebucht. Wir haben noch keinen Sommer, der mit der Höhe von uns, die wir zu zählen. Wir haben noch keine Flitterwochen gebucht. Das ist die Flitterwochen gebucht. Wir haben auch keinen Verbesserer, aber wir können auch wieder. Wir sind zwei Monate verläu saus, wie unser hochkost wordt. Wir haben hier noch eine Flitterwochen gebucht, wenn wir nicht in irgendwelche darum schihad zu ze Confthirdwochen dagger.